Wir kommen direkt zur Preisverleihung für den Rookie of the Meat, also das beste Ergebnis eines Neulings und das freut uns natürlich sehr, hat Sarah Lager die junge Kärnten-Renner bracht. Das ist der Lohn für eine ganz, ganz tolle Vorstellung. Die ehemaligen Junioren, Weltrekordlerin im Siebenkampf, jetzt ihr erster großer Siebenkampf, ihr erster in der allgemeinen Klasse mit Kugel, Speer und Hürden, Maßen und Gewichten.